Wir machen weiter mit der Quest. Baumschule im Traum. Ich fange wahrscheinlich ein neues Kapitel an. Wo müssen wir hin? Ich weiß noch nicht wohin genau. Da ist es. Bist du wie du? So, Vimana Agama, erstes Kapitel. Ich versuche den seltsamen Port. Hier oder I? Oh, das ist so. Ich muss aber nicht abraten, dich zu killen. Okay. Okay. By Royal Decree. Scatter! Okay. Opening box of Adept-Eyed Tricks. See? Ruh! 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 Ich setze Me umfass. Ruh! 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 Oh, bitte stehe ich hier oben. Habe ich mir grad noch gedacht, Mann. Können wir mal weg jetzt? Machen wir. Untersuche den seltsamen Ort. Richtig seltsam. Schönst, Mann. Okay, ich sehe Truhen. Gehen wir mal so voran. Da ist etwas, da ist etwas. Wir lassen die Truhmer liegen. Sonst dauert es wieder viel mitzuladen. Es ist jetzt unten über uns. Okay, gut zu wissen. Kommen wir nach oben. Ich werde mich drauf hinzufügen. Ich werde mich drauf hinzufügen. Ich werde mich drauf hinzufügen. Wie geht es? das fehlt wahrscheinlich noch dahinten da gibt es eine leihenfolge wie kann ich die herausfinden ich habe mich hieß ein stein das ist kein stein oh, ein bisschen schock gegenluft gleich hier sind zwei steine vier steine ein stein das kann doch nicht sein so, zwei steine waren hier da sind drei steine hier yes wir müssen aber hoch wie kommen wir am besten da hoch hier naja, klettern wir eben da sind wir da ist es oh ich möchte erstmal das hier ja, ist sogar gut ok, ich setze die E-Kundung fort gibt sie noch was? ok ich dachte ich fahr gut, ha machen wir einfach mal weiter eine Zeitherausforderung die können wir mitnehmen ist immer gut ich ziehe wahrscheinlich auf den Weg in welche Richtung in die Richtung das ist immer das eine Teleportation zugekommt ein Reward on the road ähm, doch hier hoch wo hin? oh mein Gott oh mein Gott falsch, hast du jetzt haben wir es nice oh, diese Dinger sind so geil ok, wieso nicht Rohingyan sprechen keine Ahnung wer das ist teleporte nicht mal dahin ok, die Quest ist abgeschlossen ok, die Quest ist abgeschlossen mach mal direkt weiter das ist eine fortlaufende Quest wo ist denn diese Geheimbasis? wo ist denn das? wo ist denn das? ich vermute mal hier geht es wieder ah, da ist es soo Musikstücke halten? das heißt, wir können hier doch durch soo die hören sich alle ähnlich an die ganzen Lieder wieso hat es nicht funktioniert? äh äh ah ok das ist jetzt so was gibt's? geheim das ist geheim das ist das ist so krass an ähm ich würde gerne da oben anfangen dann nehme ich etwas hin das ist mal ich oder er ist da hinten okay hey die sollen mit Amadia sprechen Ahmadiyya ist da hinten also wir müssen aus der Höhle wieder raus okay schade hier war doch extrem viel Blut noch gewesen aber egal Blut interessiert uns grad nicht wir wollen diese Quest lösen schade dass wir das noch nicht aktiviert haben wir müssen hier rum so neue Quests erhalten machen wir erst mal mit der weiter kann ich hier hoch so wir sind auf der Suche das sieht nach einer Höhle aus da haben wir schon mal da waren wir tatsächlich schon mal da haben wir diese Koch-Quest gelöst gehabt mit dem Haribus auf dem Weg damit er sein Weg finden kann so 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 Er hat keine Möglichkeit, okay. Zurück. Da steigend. Da ist doch etwas. Yes, hier geht's weiter. Ich säke den Wasserpäder ab. Krieg ich hin. Hier würde es noch weiter gehen. Komm, schauen wir uns mal an. Man muss es halt noch mal hauen, oder? Sonst funktioniert es nicht. Was gibt es hier? Eine Truhe. Eine billige Truhe. Eine Antwort aus dieser Welt? Und die Truhe, die echt sparsam. Das geht auch da hoch. Ah, sieht doch schon mal gut aus. Ist aber nicht aktiv. Wie können wir das aktivieren? Hey, wo ist es? Wo ist es, wo ist es? Da. Kommt es auch, oder? Ja, es braucht eine Einladung. Oh mein Gott. Ich hasse das. Ich hasse das. Wie soll ich jetzt da hoch? Willst du mich verarschen? Hey, das legt mich grad voll auf. Ja. So, ganz langsam. Ganz, ganz langsam. Jetzt. Beifest. Beifest dich selbst. Manchmal, ne? So, was habe ich nicht gewollt, aber was soll das? Und wir haben unsere Kiki wieder. Ich will. So, let's go. So, ich muss ein bisschen suchen. Ich bin wieder zurück. Also raus aus der Höhle. Und... Wer ist hier? Der steht einfach hier. Junge, Junge. Jetzt denkt er sich dabei. Hier, jetzt kannst du los. Hätten wir aber auch auf dem Weg sehen müssen. Hier gibt es natürlich vom... J恐 thoughtful. Entschuldig. Eee... Okay. Ich bin wieder zurück und schuldig. Das ist dann auch warm. Halt, gleich. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Oh Gott ey, manchmal freut mich dieses Spiel, wo wir uns schlafen. So dick wie mir das nicht schmerzt. Und das sind wir. Falsch. So nochmal draufschlagen, vergesst nicht immer. Und jetzt gehen wir durch. Da ist es wieder. Da ist es wieder. Da ist es wieder mit einem Stein oder was. Das wird die Reihenfolge geraten. So. Das haben wir mal. Noch eins? Nein. Da ist es wieder mit einem Stein oder was. Da ist es wieder mit einem Stein oder was. Da ist es wieder mit einem Stein oder was. Oh Gott. Da ist es wieder mit einem Stein oder was. Oh Gott. Und jetzt. Hier gibt es noch etwas. Wir sind direkt zur nächsten Stelle gejumped. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt... Um. Ich glaube die Hofte. Also. Geht euch Used. Das sieht gut aus. Aktivieren wir das mal. Oh, ich hab noch Venti, der muss weg. Egal. Was hat mir auf dem Pit Platz gehabt? Fischl. Das kann gefährlich werden. Das ist ja schon mal zu. Das ist unbestimmt worden. Okay. Jetzt können wir uns auf den Rest konzentrieren. So. So. Noch eins. Wer greift mich da an? Wo kam das? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Wo ist der Typ? Okay. Da ist er. Wartet schon. Okay. Wir haben nochmal Cesari gesprochen. Er hat die Vorrichtung repariert. Und damit haben wir die Quest abgeschossen. Jetzt geht die Quest aber natürlich weiter. weiter. Die Frage ist. Wann geht es noch? Schauen wir uns das mal an. Was? Was ist das? Was ist das? Ja. Tatsächlich. Okay, den Riesen machen wir im nächsten Video.